Womine, sangen wir die Zahn, sangen wir die Zahn, sangen wir die Zahn, sangen wir die Zahn, Musik wie die Mission, Melodie wie die Nase, Womine, haben wir meine Melodie, haben wir in den Stadern, sind Kappli, Amp und Kragsburt, die ich anha, schick viele Schritte, singen und die DJerei am Naga, sie ist wie eine gewohnt, am Morgen fang ich so den Tag an, hab für einen Sinn als Kraft und Laufel auf der Anlage, dann hab sie umgekehrt und gesungen übers Instrumental, auf jedem's wie der Tempo oder auch der Skala, für einen Reggae-Singer ist das, glaub ich, sehr elemental. Sänger ich wie Zahn, sangen wir die Zahn, Sänger du wie Zahn, alle Sounds, alle umlaut sind, Musik wie die Mission, Melodie wie Mama, es hört jetzt gar nicht auf, nein, es ist erst der Anfang, Momentan suche ich neue Wege, tunnein' Schandang, aber ich komme gern zurück, wenn ich in ein anderes Land klang, und wenn ich zurückkomme, komme ich mit ein Push im Anhang. Hab früher bei Galaxie auf dem Soundsystem g'sungen, wie süich g'si am Anfang, aber hab mich durchgewungen, manchmal ist es dann eben, aber manchmal auch g'wungen, auf jeden Fall hab ich gehört, meine Stimme, meine Lyrics und auch meine Lungen, hab kein Problem, die Sache beim Namen zu nennen, hab früher schon g'sungen, Wege die Mannen sollen drinnen, die SVV, Poli, Trinkner, von Brachten, Ecken, Nennen, sie bringt die Leute in dem Land mehr auseinander, anstatt Sänger du wie Zahn, Sänger du wie Zahn, oh ja genau, na, 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 Sänger du wie Zahn, Musik wie die Mission, Melodie wie Mama, Sänger du wie Zahn, Sänger du wie Zahn, Steh mal los, Sänger du wie Zahn, Musik wie die Mission, Melodie wie Mama, Das ist Schlussrealität, hörst du's da anlachen, geh beim Club oder zu Hause, jetzt musst du dich g'anlachen, hörst du die Ricks und die Instrumente, tönen brutal, Heavy Bass, Arco, Drum, das ist Drag-E-Gala, hab den Musikstil entdeckt, mit dem Bass in den Fingern, hab geübt auf einem M-Pavelen, wie der Robi Klinge, hab mich entschieden, trotzdem lieber schreiben und singen, hab den Kuvert verschickt mit dem Demotape drin, oder DJ, wenn ich in Stimmung bin, je nach Bedingen kann verschiedene Stimmen, muss gar nicht viel machen, es ist alles in mir rein, ich nehme das Mikrofon und schon füßt alles aus, wie eine Rine, ich führe nicht mit dem Menü auf dem Skateboard gesessen, zum Gründung von unserer ersten Band zu besprechen, ich weiss es noch genau, nein, ich kann das nicht vergessen, Mundarträgen haben gesagt, ich bin heute noch voll besessen, hat er auch mein D board im zu ver Downtown, von der ich bin heute noch Access Abschluss Musik Obwohl dass Bet Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.